Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum dritten Mal von den Bücherabenden. Nächste Woche Samstag ist dann der vierte Abend und da sind auch schon viele Saage. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Es gibt den letzten Rest an unserer Kollektion Null zu erstehen, gegen eine Spende. Und den heutigen Abend, der wird uns musikalisch untermalen von Alexander Darrow und Moritz West, die improvisierte Musik zum Besten geben. Und wir freuen uns da ganz sehr drauf. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020